zu einer neuen runde squat ab mit der mit den lieben freunden von enter your game steven und mark das ist ein format ach ja der homer ist auch noch mit dabei das ist ein format das wo ein squads extrem oder effektiv zusammenarbeitet um ja im prinzip die battles zu gewinnen und wir haben uns in dem fall für das battle rush entschieden und versuchen wir jetzt halt so wir sind gerade im eingreifen der team und versuchen jetzt quasi die endkommensschaft zu machen jungs habe ich jetzt mal angeschrieben hat größte bock und hat gesagt ja ich hab bock genauso und ja ich schaff so läuft das und einer wo bist du er erst noch zu gehen wo fand ich erst mal tot liegt bei wehen hier wird dickes neid hier wird dickes neid aber läuft gut läuft gut ganz ruhig aber jetzt aber schön gerät sehr schön ich markier mal a homer nimm dir hier mal ne himm dir hier mal ne ding ist ne ferngangwaffe bitte ja ein sniper gewehr oder sowas macht hier mehr sinn die granate ist oben hängen geblieben so ne kacke ach verdammt granaten werden gesch- oh fuck die granate ist oben wirklich hängen geblieben granate vorsicht granate scheiße hatte das danke aufpassen auf dem dach du hast du schmerz ich glaube das ist ganz knapp ich war fast im haus runde das probieren ab dich danke ich gehe mal aufs dach hinten aufs gegenüberliegende dach kommen oh fuck damit das war scheiße ich bin direkt in zwei ich bin auch doch ich bin wieder ich bin auch doch doppel kill im liegen er ist und eine komische back und meine 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 animation ich bin dort und auch da und wiederbelebt das gegner das wieder hoch muss das mit der g18 klären ist natürlich ach shit 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 mark ich bin in der däde tot ich möchte ich wollte eigentlich gerade aber ich mache das jetzt auch genau ich komme wieder nicht durch alter wird mich verarschen warum komme ich denn hier nicht über die wand drüber ich bin schon wieder da und spaß ok lass das jetzt mal irgendwie noch mal richtig also ich gehe mal auf die ich spawne mal beim steven ja ich auch ja ich habe einen markiert von rechts oben ja rechts oben wenn er sich vor mir kommt zu tot links im gang auch noch einer ist tot von hinten von hinten von hinten dreht euch auf jeden fall um irgendwo von hinten wurde ich gerade abgeschossen definitiv lol lol was war das denn äh ne kommen wir nicht mehr hoch schaffen wir nicht mehr oh shit lol tot ich kriege ich aber die campen alle hab dich ja ich seh auch äh von rechts direkt von rechts von rechts ja ich seh und ich hab's gesehen warte 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 ich krieg euch vielleicht noch theoretisch er ist oben auf dem haus ey vorsicht wenn der spielt mit der sonne der spielt mit der sonne ich hasse sonnen leute von spaß gekühlt ich stehne mal als spawnpunkt ich spawn beim homer oh shit tot oh fuck nicht die treppe hoch geht auf jeden fall mal links rum oder so aber ihr liegt schön unten das heißt ich kann euch erstmal ja lass mich links rum oh fuck ich bin down mit der spaß kriegt mich jemand ja 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 vorsichtig pass auf pass auf hier ist glaube ich besser hier rum zu gehen wir gehen links rum wir gehen komplett links rum äh lass mal A nehmen lass mal komplett ganz links naja sicher kann man hier markieren ja ok ja hab ich schon was ich bin hinter dir theoretisch 10m entfernt alles klar bin da aufpassen gegner von ja sniper hinten auf der anderen seite ich hab mich zurück gezogen da sind auch ich bin durch da ist auch der phoenix ja ich weiß da kann ich den schützen scheiße alter boah ich bin na da renne ich jetzt nicht rein mach keinen sinn obwohl da ist nur einer also wenn du da rein rennst ja aber der phoenix steht auf der straße ach so ach so ok bam phoenix tot und ich auch fuck ja ich hab einen ich hab den tüten der dich gekült hat ok wer geht wer geht retzen ok nice ich hab beide und bin selber tot boah medipack ist hier draußen auf der straße granaten wenn sie schmissen ich bin down lieg am container rechts hab dich du wirst du wirst du wirst ok lass mal rushen irgendwie vorsicht hab ihn ja nice da sind aber noch mehr ja direkt auf der linken seite ist einer ich geh mal von der linken seite ran ähm link ja genau da bei dir steven ist der tot ja ich bin jetzt auch tot also sind der kärsliche bei armen gegangen ok bin down bei armen geplantet 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 auf der rechten seite bei dem äh warte hab ihn äh rechte treppe ich passte auf links auf links kommt einer hab ihn ja ich nehm rechts ich nehm mit wir sind beide geplantet links kommt wieder einer die kommen kommt einer durch da kommt einer durch hab ihn ok pass wieder auf links auf ok warte ich bin tot aber ähm links ist gemacht warte ja du wirst hab dich von hinten hab einen da sind kaum drei leute von hinten ja die werden die äh die haben keine chance hab ah fuck da ein ich hab zwei gekillt hab dich sehr nice hab ihn sehr gut die anderen haben auch A gemacht das ist sehr nice äh B meine ich oder war das A B keine Ahnung ne das war B ok so direkt vorne durch der Buggy ist unbesetzt glaub ich den könnten wir nehmen ne der ist jetzt besetzt warte ich versuch den der steht da hinten hab ihn hab ihn warte jemand ist tot wiederbelebt sehr nice ich komm auch mit rein ok nice was hab ich denn hier schön gehijackt oh fuck oh oh vorsichtig raus raus der ist ex sofort ich bin tot ich bin auch tot ich kann euch nicht retten ihr seid im Wagen ja ich ja ich bleib in Deckung kommt spawnt bei mir ich spawnt bei dir in 3 2 nein alter hä what the fuck ok ich wurde geretzt jetzt könnt er ach schade zu spät voll wo bin ich denn die gespawnt wo bin ich denn die gespawnt die spawn campen schön merk ich gerade hm ja aber weniger vorne dann äh soll man B machen äh hau mal nicht nur bei A kurz äh ich versuche das zu markieren da hab ich äh ja A ist da ich komm von über rechts kaputt sein B ist auch geplant B ist geplant sehr gut oh fuck ich bin da und ganz rechts ja wie liegt denn da und zwar ich kriegt mich jemand äh also ich bin ich bin komplett aufgeregt da sind 3 Leute also alles klar wir sind beide down nice 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 Runde die nächste Runde hängt einfach noch hinten dran wieder ne ah was da sag ich mal nix zu ne du bist auch ruhig bitte sehr ruhig ne du hast andere Beiträge geleistet du hast abgelenkt und so weißt du ja ja das ist halt äh die Soulclass ist halt über OP bei Belfi 3 ist einfach so kriegt halt viel zu viele Punkte ja ja ist halt wegen dem Retzen allein schon wie oft wie da kriegst du jedes Mal 100 Punkte zack 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 ja ich bin dafür dass man einfach die Punktzahl fürs äh wiederbeleben halbiert das würde es auch machen eigentlich ist das ne gute Sache das ist eigentlich wie bei Battlefield 2 ne du kriegst da auch Punkte dafür machst du auch glaub ich ich mein ne da wär das war das auch die Hälfte 0,5 ja 0,5 Punkte ja da hat man auch nur einen Punkt bekommen dafür fürs Reviven und für äh heilen glaub ich einen halben ja fürs ja ja aber fürs heilen kriegst du jetzt auch nicht so viel oder ja 20 20 ich weiß nicht mag gar nicht 20 ja kann so sein boah das ist eigentlich die die schlimmste wenn die da oben wieder campen dann ja das ist die schlimmste Map von allen also die Maps sind alle cool aber die Map ist eigentlich die schlechteste von allen wegen der wegen dem blöden Haus in der Mitte das ist echt äh Camper Spot hoch 2 ja wenn man ok wenn man Angreifer ist das natürlich gut aber so wenn man wenn man Verteidiger ist Basti gespawnt ja ja kommt alle bei mir Homer mach mal ein Spawn Beacon hier direkt hinten hin irgendwo ja ich bin ja da ok lass uns irgendwas aussuchen oder oben in das Haus in das Haus in das Haus in das Haus alles klar und da kannst du auch ein Spawn Beacon hin machen dann lass uns da auch Midi Packs in die Detail stehen ja ich komm ich komm ja ich komm Wand wurde schon aufgesprengt Vorsicht hier ist einer hab ihn er ist down hoch 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 von rechts kommt noch jemand warte ok er ist down ich geh hoch Adam revived ist revived ach Midi Pack ist draußen Homer kannst du uns Spawn Beacon stellen hier äh ich hab grad die Fälschklasse ausgewählt achso ok ich hab mich verklickt ja kein Ding ich mag hier schön über rechts kommen also ganz viel kommt zu B auch aber da ist ja das hab ich eigentlich umgelegt aber ich kenn das dann rennt man zu B da kommt ein Tank auf A zu ja solange wir Leute haben die das kaputt machen wow einer ist bei B der legt schon ja wird eigentlich wird defused ja ist aber zu weit dann geh jetzt als Dinges rein ok über linke Seite linke Seite linke Seite kommen 3-4 Leute ja ich bin da einer ist tot der andere ist tot Panzer kommt über Mitte Mitte also aufpassen gegenüberliegende Seite Sniper jo hab einen wo bist du ne ich bin hier oben liegt ein Medi Pack ne hier oben liegt überhaupt kein ich bin down fucks more äh kriegst du mich Basti ja ich krieg dich ab dem Tor wo ich ins Baumeier aufstellen ich werde es hinterher gehen zu dass sie es nicht direkt ja ich hab's ich habe ein ok es war wie ein Morgensorten rausgefallen ich habe einen perfekten Blick auf B wenn ihr da kein Smok drauf gehen alter Smok alter Smok war der ja okay down oben bei B jo pass auf hier achten die Formel ich bin auf down ich bin auf down ich bin auf down warte 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 ja Vorsicht alter ohne Witzer stehen einige die haben B ge... boah ich bin schon wieder tot wir haben B ge... soll nicht weg lass runter oder so hat keinen Zweck mit defused ja mit defused hier kommt ein Tank von links linke Seite Tank habe ich markiert und äh little bird ist das oder? keine Ahnung ja das ist ein Little Bird die kennen die ganzen... Mittelgang bei A genau da einen habe ich rausgesnipert ok ich bräuchte mal... der Tank schießt hier hoch der ist extra zurückgefahren ne du hast einen Sniper Schuss abgekriegt Tank linke Seite also wie kann man das denn verwechseln Alter Tank Sniper ist ja fast das gleiche aaaaah gesnipert worden ihr macht das aber sonst komm ich hoch ich bin zweiter Etage runter 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 Alter haben wir irgendwo irgendwas was Muni geben kann? Sniper äh zweit Etage Fenster bei ja ja schon gesehen der kann kein Muni geben hier wird bei A wird geplantet bei A wird geplantet ja warte ich weiß wo der Typ ist hab ihn defuser jo Vorsicht einer muss einer muss genau einer muss dann ein Falschfeuer genau retzen damit wir freisigen können sehr gut alles klar dass wir in die Etagen gehen und auf Position beziehen ja ich bräuchte irgendwie Treppe auch Muni ja ich bräuchte auch mal irgendwo Muni kann man sonst schreibt mal jemand in den Chat irgendwie dass wir Muni brauchen die Linke Seite ist wieder Tank ich will doch nur Ammo durch die Mitte ja ja der ist aber da der eine räumt da immer auf in unserem Team Vorsicht Granate ich will nicht deren Leber ich will Ammo oh irgendein Tank schießt auf uns hab markiert zwei von rechts mittelstraße zwei von rechts mittelstraße yo fuck mit der Sniper der Tank ist da der wird oh fuck ich komm hier nicht weg dort Granate dammit oh Granate ah alter was hier abgeht warte oh fuck jetzt hab ich wieder Ammo du liegst im Medipack ja ich hab jetzt wieder Ammo ja ich krieg dich grad nicht liegst im Medipack Spawner bei der Barke ja aber zwei Granaten hab ich noch rechte Seite zwei einer geht auf B zu ja einer plantet bei B tot ok der ist tot ja oder ich hab keine Muni mehr scheiße gar keine Muni steht hier liegt auf der Muni mehr ey lass uns irgendeinen Typen krallen oder so und seine Muni klauen wenn ich einen finde ich müsste lol der Typ wurde aus dem nein der ist weg Dings geschossen ich hoffe mal wir klauen den Heli jetzt er tun wir gut ist hier irgendwo einer mit Muni rum keine Ahnung ich glaub die haben keine Lust auf Muni da ist einer drin oh fuck hinter uns bei B ist einer bei B fuck kriegt mich jemand ja wahrscheinlich schon er wird gerettet glaub ich ja er wird gerettet ja ich geh mal hier durch den Gang vielleicht ist er irgendwo wir sind ja eben im Heli aber streng der Tank der Tank ich meine ah ja jetzt kann ich mir aber die Dings von dem Typen krallen nämlich gerade gekillt eigentlich das stimmt wenn er nicht sofort einfach verflinden würde bei A jemand bei A ja ja ich seh gerade ich disarm oder disarmst du oh der hat C4 hingelegt oh der ist weg ah fuck ich bin tot ah fuck ich auch ah fuck ich auch dammit ah fuck ich auch aber wenn wir das zu viel dann haben wir gewonnen wir haben auch so gewonnen wir haben auch so gewonnen ok wir haben noch eine andere ja ich hab die beste Stats bleib mal auf nice nice was war das ich hab praktisch gar nichts gemacht nein du sagst einfach nur vor der du sagst vor seinem Mikrofon oh ah jetzt müsst ihr das machen so ja so ist es ähm ja nach zwei Runden ich denk mal da machen wir jetzt erstmal einen Cut alles dann sag ich an der Stelle vielen vielen Dank fürs Zuschauen und ähm ja bis zum nächsten Mal Leute bei Squad Up Ciao Ciao Ciao